Es gibt aber ein paar Sachen, die ich anders machen würde und einen Push muss ich auch noch aufdecken. Das heutige Video ist so ein bisschen anders. Ich habe mir gedacht, ich zeige mal einfach meine größten Fehler, Fails bei den DIYs, denn ich glaube, daraus lernt man halt am meisten, also ich lerne daraus auch am meisten und es sind einige Projekte, die ich halt in dem Video gemacht habe, die ich jetzt anders machen würde und vielleicht habt ihr die Sachen ja nachgebaut und merkt, ach ja, Alex hat irgendwie Scheiße erzählt, das funktioniert nicht so richtig, dann könnt ihr das auch ändern und vielleicht habt ihr es aber noch nicht gebaut oder baut irgendwas anderes und merkt so, ah, vielleicht muss ich da bei meinem Projekt aufpassen, dass es mir nicht so geht wie dem Alex. Das heißt, wir gehen jetzt 10 Projekte durch, die hier irgendwo im Haus stehen, wo ich so sage, würde ich nächstes Mal anders machen oder ist sogar teilweise ein bisschen kaputt oder sowas und dann reparieren wir es. Also diesen Tisch finde ich immer noch mega, mega cool. Ich habe ja irgendwann hier dann die Beine geändert in so Herdhinlegs. Das Problem ist aber einfach, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo erzählt, dass ich diese Latten nicht untereinander verleimt habe und dadurch wölbt sich die Platte so ein bisschen, weil die Gewindestangen halt sich durchbiegen. Das heißt, das muss unbedingt verleimt werden. Dadurch, seht ihr, er wackelt auch recht arg. Also irgendwas muss ich mir irgendwann mal einfallen lassen. Ich finde den wunderschön, aber er wackelt halt einfach. Und ist nicht, also man kann sich jetzt schon draufsetzen, aber er wackelt halt einfach. Also das unbedingt zwischendrin, zwischen den Hölzern würde ich das jedes Mal wieder verleimen. Übrigens verlinke ich euch diese ganzen DIYs, die ich jetzt in diesem Video bespreche, beziehungsweise kurz durchgehe, unten in der Infobox und teilweise auch hier in diesem i. Und wenn wir gerade hier schon am Tisch sind, ich habe hier im Terrassen-Makeover ja diesen Einhängetisch gebaut. Das funktioniert immer noch ganz gut, na? Also man kann ihn hier so aushängen. Das einzige Problem ist, das Holz ist total abgegammelt, obwohl das erst irgendwie zwei, drei Monate alt ist. Das Problem hier war, glaube ich, dass dieses Brett ist so hier gewölbt. Das heißt, das Wasser, wenn es regnet, bleibt komplett drauf stehen. Denn das ist halt worst case beim Holz, wenn das Wasser lange steht. Und ich habe es nicht richtig lackiert, sondern ich habe es nur geölt. Das würde ich nächstes Mal auch anders machen. Und ich würde wahrscheinlich auch für den Außenbereich ein anderes Holz nehmen, außer Fichte. Also, ja, daraus lerne ich natürlich auch, dass Fichte im Außenbereich nur geölt. Und vor allem gerade, also wenn das jetzt so ein bisschen schräg gewesen wäre, dann wäre es kein Problem gewesen, weil das Wasser halt ablaufen konnte. Ja, aber so steht das Wasser hier immer und dann verwittert das halt mega schnell. Ich habe ja auch mal hier das obere Bad umgestaltet. Gibt es auch ein Video dazu. Finde ich mega geil. Und ich habe hier so eine Heizungsabdeckung gebaut. Und ihr seht vielleicht hier, das ist irgendwie ausgerissen. Recht schnell danach. Und ich befürchte, ich habe einfach zu kurze Schrauben genommen. Nehme ich das mal weg. Also irgendwie sind die Schrauben einfach lose. Das heißt, ich hole mal einen Akkuschrauber und drehe die wieder rein. Was ich aber auch gleich noch hole, ist eine bisschen dickere Schraube, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass die einfach ein bisschen zu kurz und zu schmal war, dass sie dann einfach wie rausgerutscht ist. Weil ich glaube, ich habe vor Geburt damals. Vielleicht war die Schraube einfach zu dünn für das vorgebohrte Loft und deshalb ist es rausgerutscht. So, dann habe ich hier mal andere Schrauben. Ja, so, das sieht doch gut aus. Hätte ich doch gleich machen können. Hänge ich das wieder hier ein. Jetzt. Sehr schön. Was ich übrigens auch nie gezeigt habe, ist der Fail, der mir bei dieser Bilderleiste passiert ist. Da habe ich ja drei Stück gebaut. Und zwar kann man die hier mal wegnehmen. Das passt alles. Aber ich habe einfach bei meiner, habe ich den Schlitz falschrum gemacht. Also ich habe die Schönel verschenkt und die habe ich einfach falschrum. Das heißt, die Karten würden eigentlich so wegstehen. Deshalb habe ich die Karten leicht geknickt, damit sie auch so hingucken. Also ja, beim Sägen halt immer dreimal überlegen davor. Passt es oder passt es nicht? Aber so Fehler kann man halt einfach nicht vermeiden. Aber zum Thema Fehler möchte ich noch was sagen. Und zwar eigentlich gibt es keine Fehler. Also ihr müsst immer gut aufpassen, dass ihr euch nicht verletzt. Aber sonst, wenn irgendwas schief geht, ist nicht schlimm. Meistens kann man es ganz einfach wieder retten. Und danach weiß man halt, ah cool, beim nächsten Mal passe ich da einfach ein bisschen besser auf. Deshalb, also eigentlich gibt es keine Fehler und habt keinen Schiss, wenn ihr euch irgendwie an ein Projekt traut. Selbst wenn ihr euch versägt habt, ist mir auch schon ganz oft passiert, wie jetzt gerade da. Ist nicht schlimm. Einfach weitermachen. Auch hier bei diesem Bett, ich finde es immer noch wunderschön. Unser Gästezimmer, auch hier einfach die Farbkombination und sowas. Ich mag das auch mit dem Kissen hier an der Wand. Hier ist aber das Problem, ich habe mich ja hier für so einen, was ist das, wie so einen Sockelleisten-Gummi aus dem Baumarkt entschieden. Das sah irgendwie ganz hübsch aus. Das einzige Problem ist, dass es nach der Zeit löst sich irgendwie hier der Kleber. Also es hält nicht richtig zusammen. Und dadurch sieht es halt auch einfach nicht so hübsch aus. Das heißt, hier würde ich nächstes Mal auf jeden Fall ein anderes Gurtband nehmen. Aber ich glaube auch wieder in Braun. Aber ich würde halt echt ein Gurtband nehmen und nicht irgendwie hier so ein Ding aus dem Baumarkt. Diese Kleiderstange habe ich ja auch mal gebaut. Optisch finde ich sie immer noch mega cool, auch mit der Lampe hier. Das Problem ist aber irgendwie, dass man sie nicht wirklich kleiner machen kann. Das heißt, die muss so bleiben und ich habe die fast nicht hier hoch bekommen. Also man muss immer hier unten das wegschrauben. Und das Problem ist hier mit der Lampe, dass man auch nicht einfach den Stab rausnehmen kann und so. Also nächstes Mal würde ich es ein bisschen anders konstruieren. Sie ist zwar echt hübsch, aber nicht ganz so praktisch, wenn man sie halt nie klein machen kann. Also irgendwie würde ich das halt so bauen, dass man hier unten und hier oben eine bessere Steckverbindung hat. Und die Lampe irgendwie anders anbringt. Weil so kann ich das zwar hier so bewegen und könnte es rausziehen. Aber ich kann es halt nicht rausziehen, weil hier die Lampenfassung ist. Das heißt, ich müsste jedes Mal immer die ganze Lampenfassung wegmachen, das Kabel rausziehen. Und dann könnte ich erst die Schriftstange rausnehmen. Also ich würde vielleicht einfach diese Lampe hier so drumherum wickeln. Das sieht ja auch immer ganz cool aus, wenn so ein Kabel um so eine Stange gewickelt ist. Ja, jetzt weiß ich mehr. Diese coole Pflanzenleiter habe ich mal zusammen mit Marie gebaut. Hier würde ich jetzt nicht als Riesenfehler bezeichnen, aber vielleicht könnt ihr ja daraus doch was mitnehmen. Und zwar habe ich nicht bedacht, dass das halt so tief ist hier unten. Also ich würde die Füße nächstes Mal länger machen. Das Problem war damals vor allem, dass es im Videohintergrund dann fast verschwunden war, weil dieses Regal so niedrig ist. Aus diesem Grund habe ich hier nochmal so ein kleines Höckerchen nachträglich gebaut. Genau in der gleichen Größe wie das Regal. Das heißt, das kann man hier so drunter stellen. So. Und insgesamt gefällt mir aber diese Höhe halt auch viel, viel besser. Und was man vielleicht mitnehmen kann, ist hier so ein bisschen, dass man sich davor nochmal genau Gedanken macht, wie groß soll das Ganze nachher werden. Ich mache das meistens Pi mal Daumen irgendwie, so Werte, die mir einfallen, die ich für gut erachte. Aber ja, oftmals ist es halt einfach auch gut, wenn man das ausmisst, mal hinstellt und guckt, dann passt es nachher überhaupt von der Größe. Immer noch eines meiner liebsten Teile hier, unser Fischgräten-Schuhschrank. Ist auch eigentlich alles top. Ja gut, er knarzt ein bisschen. Das könnte ich halt mal ölen. Das Einzige, was ich halt anders machen würde, ist tatsächlich, das richtig abmessen, damit hier vorne nicht so ein großer Spalt ist. Wie ich es vielleicht noch rette oder irgendwann noch mache, ist einfach, dass ich auf einer Seite hinten noch ein Hölzchen ranschraube. Und dadurch habe ich dann halt quasi keinen Spalt, sondern man sieht von innen auch nochmal ein Holz. Aber schöner wäre es natürlich, wenn der Spalt nicht ganz so riesig wäre. Ja, nächstes Mal besser messen und vor allem Gehirn anschalten, dass das hier mittig anliegt und nicht innen am Holz. Hier in unserem Büro habe ich so eine Bastel-Ecke gebaut mit so einer Sitzbank hier. Ich finde das immer noch sehr cool. Es gibt aber ein paar Sachen, die ich anders machen würde und ein Pfusch muss ich auch noch aufdecken. Und zwar ist ein großes Problem, dass wenn man sich hier hinsetzt, gehen meistens die Türen auf, weil halt die so Schnapper haben. Und wenn ich dann hier so ein bisschen drankomme, so nach hinten, dann plopp, plopp die auf. Das könnte man umgehen, indem man halt diese Sitzfläche breiter macht als die Türen. Weil jetzt stehen die Türen so raus und ich würde nächstes Mal die Sitzfläche einfach ein bisschen breiter machen, dann hätte man dieses Problem auf jeden Fall nicht. Diesen ganzen Einbau wollte ich halt über die ganze Breite haben. Und dann ist hier hinten einfach noch ein kleiner Spalt gewesen, wo keine ganzen Korpusse von Ikea hingepasst haben. Deshalb habe ich hier einfach eine Tür zugesägt und die mit Scharnieren hier befestigt. Das Ganze ist aber wirklich, muss man sagen, ein bisschen pfuschig geworden. Also da muss ich mir auf jeden Fall noch was anderes überlegen, weil meistens geht es so dann zu und dann sieht es halt einfach nicht gut aus. Also da muss ich noch nach einer Lösung schauen. Gibt es aber auf jeden Fall irgendeine Lösung. Also eine Lösung gibt es eigentlich immer. Das größte Problem ist nämlich, glaube ich, dass es innen hier keinen Anschlag hat und dann geht es halt einfach da nach hinten und dann sieht es halt blöd aus. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch einen Anschlag in dieser Höhe, damit die Tür da rangehen kann. Dann sieht es schon mal gar nicht so schlecht aus. Kommen wir hier zu unserem Flur bzw. zu dem Boden. Wir haben in der ganzen unteren Wohnung, also im ganzen Büro, damals Vinylboden verlegt, Designboden. Vinylboden ist mit PVC, das ist ohne PVC, deshalb heißt Designboden. Ich finde ihn auch immer noch sehr, sehr schön. Hier ist bloß das Problem im Flur. Der Flur ist super lang und ich habe damals den Fehler gemacht, zusammen mit meinem Papa, dass wir an den Rändern einfach fast keinen Abstand gelassen haben. Und man muss halt bei Parkett und auch bei Vinyl, wir haben uns damals gedacht, beim Designboden ist es nicht ganz so wichtig, wird sich wahrscheinlich nicht so ausdehnen wie Holz, haben wir teilweise direkt an die Wand gelegt. Ja, das war nicht ganz so schlau, weil das Problem ist halt, dann dehnt sich das aus und dann gibt es manchmal, so Erhebungen quasi, dann drückt es den Boden so ein bisschen hoch bzw. man spürt einfach, wenn man drüber läuft, dass es halt einfach so ein bisschen nachgibt, der Boden, dass drunter Luft ist. Das liegt daran, dass halt einfach Spannung im Boden ist. Und das kann man aber minimieren. Ich habe das schon mal versucht, so ein bisschen zu machen mit so einem Multitool. Das Ganze hat sich aber über den Sommer jetzt noch mal so ausgedehnt, dass wir das jetzt noch mal machen müssen. Ja, hätte ich es gleich von Anfang an richtig gemacht, müsste ich es jetzt nicht machen, aber funktioniert auch irgendwie, glaube ich. Und da ich das schon mal gemacht habe, weiß ich, wie es am besten ist. Ich habe hier so ein Multitool. Da kann man vorne so eine Säge einspannen. Das ist ganz praktisch, weil dann kann man hier von hier oben sägen. Ich glaube, anders geht es nicht. Es gibt noch so eine Schattenfugensäge. Die habe ich aber nirgends gefunden damals. Deshalb habe ich es mit dem gemacht. Mit dem hat es gut funktioniert. Ich habe halt nur einfach zu wenig weggenommen. Und ich habe das das letzte Mal so gemacht, dass ich mir hier eine gerade Kante hingelegt habe. Einfach eine Wasserwaage zum Beispiel. Und an der quasi dann hier runtergesägt. Jetzt sieht die Fuge auf jeden Fall gut aus. Das ist ungefähr so ein halber Zentimeter. Das soll man auch machen. Jetzt kann es sich schön ausdehnen. Und der Boden wird sich wieder senken in der Mitte, weil es halt einfach nicht mehr durch die Spannung so nach oben gedrückt wird. Also falls ihr auch irgendwie Boden selber verlegt, ist wirklich nicht schwierig. Aber das auf jeden Fall beachten. Habe ich nicht gemacht. Deshalb muss ich jetzt halt nochmal ran. Und was ich dann auf jeden Fall nicht mehr machen würde, sind diese großen Hochbeete mit Rollen zu bauen. Die werden so unfassbar schwer. Also die konnte man noch ganz easy hin und her rollen mit diesen Metallrollen, als noch keine Erde drin war. Aber als jetzt es reingeregnet hat in diese Hochbeete, sind die so schwer gewesen, dass ich sie geschoben habe. Und dann reicht eine Unebenheit aus und die Rollen knicken ein. Also wenn, dann braucht man so richtig fette, kräftige Industrierollen. Ich weiß nicht, was das nachher wiegt, diese komplette Erde da drin. Aber es ist sauschwer und die Rollen sind viel zu klein. Deshalb so große Hochbeete würde ich, glaube ich, nicht mehr schiebbar machen. Das waren jetzt mal so zehn meiner Fails, die mir eingefallen sind. Ich habe wahrscheinlich noch viel, viel mehr gemacht. Aber das sind jetzt so Dinge, wo ich sage, da könnt ihr vielleicht was draus lernen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall mega über Feedback freuen, wie euch das Video gefallen hat. Und ihr wisst, Kommentare unterstützen auch meine Arbeit und den Kanal. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen DIY-Video. Bis dahin, bleibt schön kreativ, lernt aus meinen Fehlern. Und ja, macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.